Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Watch Dogs! Und ich habe gerade erfolgreich eine angelempelt, ist aber gar nicht schlimm. Ich dachte mir, um mal in den tristen Sightseeing-Alltag wieder ein bisschen Action reinzubringen, machen wir, machen wir digitale Trips! Und, ähm, wir haben Madness gesehen, wir haben Alone gesehen, wie wär's denn mit... Spider Tank! Zerstören Sie Chicago mit Blooms' tödlicher Kriegsmaschine. Das klingt lustig. Auf geht's! Also man muss gar nicht diese zwielichten Trottel aussuchen, sondern man kann... ...im Prinzip einfach über das Smartphone in diesen digitalen Trip rein und fällt dann an der Stelle um. An alle Einheiten. Verdächtiger in einer Art Panzer unterwegs. Aufhalten und neutralisieren. Äh, what? Äh, wie geht denn das hier? Hallo? Oh! Springen, okay. Muss ich jetzt da irgendwas machen? Ah, Fahrzeuge ausschalten, okay. Äh, irgendwas oder wie? Ach, Raketen haben wir auch. Moment. Wie geht denn das? Achso, auf Dings kann ich gar nicht schießen, oder was? Oh! So geht das. Doch, ich kann. Energie Boost. Bring mal hin mit dieser itzi-bitzi Spinne. Hopps, dude. Achtung, Leute, er kommt auf euch zu. Ja, Waffen wechselnd, so. Aua. Oh, man kann aber nicht einfach nur durchmorschen. Man hat auch ein bisschen Leben anscheinend. Das dann letztlich irgendwann auch wieder weg geht, wenn man getroffen wird. So, jetzt hämmern wir mal da drauf. Oh, ho, ho. Oh, das ist lustig. Ne, das macht Spaß. Von wo denn? Von wo? Ich sollte schleunigst mal wieder abhauen, indem ich hier dieses Dach hochklettere. Genau, erstmal wieder Deckung suchen. Energie Boost. Ich böllere da jetzt einfach drauf. Mit dem MG sollte das ja irgendwann auch kaputt gehen, oder? Ach komm. Da liegen neue Geschosse. Dann können wir die alten auch verböllern. Na? Wir wollen nochmal nicht böse werden hier. So, was müssen wir jetzt tun? Los, gib mir eine Aufgabe. Signalstation zerstören. Okay. Dann am besten wieder übers Dach, bevor wir hier aufs Raul kriegen und sterben. Oh. Also wirklich stabil ist das Teil hier auch nicht, oder? Spider-Man ist ein Scheiß dagegen, Freunde. Yeehaa. Ist das cool. Das Ziel 3 von 15. Das heißt, wenn ich 15 habe, habe ich es geschafft, oder was? Oder wie? Oder wo? Schaffe ich das überhaupt? Und warum leuchtet mein Arsch rot? Ich bin doch kein Pavian, oder? Ich bin doch eine Spinne. Dass man hier nicht sprinten kann, oder so. Nein! Eine Spinne! Und sie macht alles kaputt. Also hier geht es wirklich nur um Zerstörung. Es ist scheißegal, wem man erwischt und wem man dabei tötet. Hauptsache irgendwas kaputt machen. Panzerwagen ausschalten. What? Panzer? Na dann, holen wir uns mal den Panzerwagen. Am besten wieder vom Dach. Wo ist er? Ich verliere gerade so ein bisschen die Orientierung. Sollte der mich nicht angreifen, anstatt abzuhauen? Ah, ich habe ihn noch nicht ganz erwischt. So, jetzt und jetzt. Ich habe ihn. Und erst mal wieder aufs Dach. Juhu! Ein Helikopter zerstört. Wo ist er? Da ist er! Äh, irgendwie war das nix. Wie kriege ich den jetzt am besten ins Visier? Der ist ja... Äh, 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 äh. Ähm. Äh. Hilfe! Wo ist der Drex-Heli, Mann? Ich sehe den gar nicht. Dach, da! Ha! Wieso hatte ich eigentlich die... Ich wollte doch die Raketen. Hm. Egal. 18 Cops töten. Das kann ich. Hoffe ich. Wo sind die Cops? Wo sind die Cops? Da ist einer! Och, Mann! Ich will doch Nachschub an Munition haben. Da sind Geschosse drin. Geht das mal kaputt jetzt oder was? Naja. Was? Was wohnen so und sagt der? Oh, 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 oh! Schnell, 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 schnell! Au! Au! Oh! Na, aufpassen! So, ich habe jetzt wieder Raketen. Das heißt... Da kommt der nächste Heli. Scheiße! Nein, ihr habt keine gute Sicht. Kommt mir vor wie King Kong hier. Ha! Das dürfte ja auch ein Cops beinhaltet haben. Das Teil. Sprich. Zählt auch. So langsam muss ich mir echt was überlegen. Weil die Zeit knapp wird. Ja! Nein! 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 Lass mich leben! Ich bin nur eine Spinne. Ich bin nur eine Spinne. Bitte, bitte, bitte. Nein, 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 nein! Ich lebe noch. Aber die Zeit wird arschknapp langsam. Also, ich sollte mir jetzt echt... Komm schon, Mann! Nur noch ein paar. Ahaha. Komm mal hier, Rampage, komm! Noch drei, noch drei. Nein! Keine Stelle. Hier spricht 821-Adams. Wir kommen heim. Okay. Lustig auf jeden Fall. Jetzt haben wir ja bestimmt neue Skillpunkte bekommen. Unge... Vier gleich, mein lieber Mann. Dann wollen wir doch mal schauen. Ist auf jeden Fall sehr lustig, das Ganze. Verstärkte Panzerung. Das machen wir gleich. Und hier die Titan-Panzerung. So. Was haben wir denn noch bei Waffen? Verbessert das Geschütz. Verbesserte Waffentechnik. Überladen. Mehr Geschosse abschießen, ohne zu laden. Das klingt gut. Gut, so. Wir haben keine Punkte mehr. Neu Start. Mal sehen, wie weit ich jetzt komme. Ist auf jeden Fall lustig. Aber keine Sorge, ich werde es nicht auf die Spitze treiben. Ich werde es mir jetzt nur mal anschauen. Diese Folge damit füllen. Und in der nächsten Folge überlege ich mir dann was anderes. Vielleicht versuche ich da mal die anderen Trips noch. Die sind ja auch ganz lustig. Ja, ja, wir kennen es schon. Los geht's, auf geht's, up geht's, juhu. Okay, jetzt habe ich mehr Kapazität praktisch. Ja, wir kennen es doch. Vier Fahrzeuge ausschalten. Alles klar. Eins, zwei, drei, vier. Ha, ich kann zählen. Sogar mehr als bis drei. Also weiter. Ihr wisst schon. Ne, unmöglich ist das nicht. Ja toll, jetzt war ich zu schnell. Die haben jetzt natürlich nicht gezählt. Aber dafür der hier. Und der hier hoffentlich, genau. So, die nächsten Geschosse aufklauben. Oh, ich wusste gar nicht, dass es so ein geiles Minispiel gibt. Cooler als immer nur dämliche Sehenswürdigkeiten. Wieder ein Skillpunkt. Ich bin auch schon am überlegen, ob ich das überhaupt noch mache mit den Sehenswürdigkeiten. Oder ob ich das einfach offscreen mache. Um euch dieses Elend zu ersparen. Weil das zieht sich ja noch eine ganze Weile theoretisch. Boah, das war eine geile Aktion. Also ich hätte mir halt überlegt, dass ich das vielleicht beschränke und nur noch diese fixe Aufträge dann onscreen klare. Und den Rest dann wie gesagt, ob es irgendwie noch eine Belohnung gibt oder so, weil ich habe jetzt ein bisschen über die Hälfte oder sagen wir mal zwei Drittel von denen. Das könnte noch eine ganze Weile dauern, bis ich das alles habe. Was macht der denn? Nichts Decke krabbeln. So ein richtiger Sprint oder so wäre halt mal geil. Dass man so richtig zack weg sprinten kann oder viele kleine Spinnen rufen, die die dann töten. Das wäre auch lustig. Oh mein Gott! Es tötet uns alle! Und es macht verdammt viel Spaß, ja. Allerdings... Aua! Ich muss mal ein bisschen aus dem Schussfeld bleiben, damit er sich wieder regeneriert. Ich habe schon wieder einen roten Arsch. So, warte mal. Krabbeln wir mal da lang. Da ist er toben. Einfach drüber laufen, das reicht schon aus. Und jetzt bin ich wieder geheilt oder was? Aber der Arsch ist immer noch rot. So, was kommt als nächstes? Der Heli, glaube ich. Ne, der Panzerwagen, der Panzerwagen. Der Klettert eine Wand hoch. Der Arsch ist raus. Ja, ja, der Klettert eine Wand hoch. Das machen Spinnen so. Jetzt muss ich den nur irgendwie erwischen. Wui! Wo fährt denn der lang? Ich check schon wieder gar nichts mehr, weil... Das ist ein Unterschied, ob rechts und links oder oben unten, rechts, rechts, verkehrt rum, Kopf, rüber und... Ihr wisst schon. Das ist irgendwie... Ungewohnt, sagen wir es mal so. Ja, da fährt der lang, okay. Ich bleib einfach mal so ein bisschen in Bewegung und hoffe... Dass ihr mich nicht holt! Nein! Ich bin doch nur eine Spinne! Was hat der denn gegen Spinnen? Oh, da ist der Panzerwagen. Verdammt! Bleib, bleib da, bleib da! Bleib da! Komm! Komm! Ha! Sehr gut. Und Rückzug. Ja, Panzerspinne! Ihr habt es doch gehört. Helikopter. Alles klar, wo ist er? Wo ist er? Da ist er! Nein! Komm schon! Ja! Na! Ich habe aber echt Mitleid mit euch, Jungs. Also wirklich. Fast schon ein bisschen. 18 Cops töten. Daran bin ich letztes Mal gescheit... Mh, da ist Scharfschütze. Tja, jetzt nicht mehr! Wow! Mama Mia! So, wo hocken die? Da drin, oder was? Ja! Jetzt gehen wir mal da durch. Da gibt's Geschosse. Und Polizisten, die sterben wollen. Das kann doch sein! Das ist drin! Wo hocken die? Wo hocken die? Ums Eck, ums Eck! Ich bin mal wieder auf. Puh! Achtung, Streimler, kommt auf euch! Die meisten hat auch Schussstum! Ah, ich... Ich kann auch schon drauf haben! Achtung, Schüsse! Nein Ich sitze ja echt voll in der Scheiße Ich muss ja langsam echt mal weg Oh Energieboost, Energieboost Und weg Den zermatschen wir Acht Fahrschale getöten Ausschalten, vernichten, was auch immer Machen wir doch Ich glaube das war das 3 auf einmal Ne, 2 Das waren Ah, 1 Wo sind denn die wieder? Wie kann der denn den verfehlen, ey? So, Rückzug Ich hab ja noch ein bisschen Zeit Ja, haltet euch fern, ihr Idioten Ich hab ihn im Visier Nein Die sind ganz schön hartnäckig Ja komm, machen wir das Platz Da krieg ich glaube ich Heilung Ah, Schütze geht das Ja okay, machen wir das Fahrzeug Energieboost, Energieboost So Abflug Drei Signaltürme Drei Signaltürme Zerstören Okay Sonstation Ist ja egal So Da ist der Heli Und da Stürzt er hoffentlich ab Okay Ja gut Der Heli ist jetzt erstmal weg Jetzt hab ich nur ein bisschen Meine Ruhe auf den Dächern Würde ich mal sagen Und ich hab noch 2 Minuten Zeit Und noch grob die Hälfte Meiner Munition Also Raketen Leute, er kommt auf euch zu MG hat man ja wie in den meisten Spielen Unendlich viel Ich wechsle jetzt auch mal wieder aufs MG Weil ich glaub den Heli kriegst du auch mit dem MG ganz gut runter Ah, nicht zu weit Okay, gut So Das wär auch hinüber Jetzt müssen wir da noch hin Das ist jetzt ein ganzes Stück Aber wir haben ja Hochhäuser Auf denen wir glättern können Und der Heli ist wieder da Oder der nächste Der neue Wo ist er? Naja komm Ich wechsle lieber auf die Raketen Wo ist er? Ich seh Alter Der ist über mir irgendwo Ich bin grad zu doof Naja gut Dann zieh ich erstmal ab Verdächtiger in Sicht Ja, ja Verdächtiger in Sicht Ich glaubste ja aber Ah, da bist du Okay Und tschüss Den ersten Sauber verfehlt Habt ihr gesehen? Richtig schlecht Jetzt hab ich ja noch ein bisschen Zeit Aber ich glaub sowas wie Regeneration Gibt's da nicht Deswegen mach ich das jetzt lieber Die Regeneration gibt's nämlich nur Wenn man irgendein Ziel erfüllt hat Das kommt bestimmt wieder Kops töten oder so Was? Den Zug? Wir haben ihn im Auge Na gut Das war es nicht wirklich schwer, oder? Ich hab ihn im Auge Aber die Stelle gefällt mir nicht Ich muss hier weg von dieser Bahnlinie Geben normale Autos auch Munition? Ne, glaub ich nicht Dafür das schon Schnell, schnell, schnell Jawohl Ja, was ist das? Immer noch die Spinne, du Vogel Wow Scheiß Scharfschütze, ey So, ich glaub ich hab ihn Und noch 100 andere So, wo ist das nächste Polizeiauto? Direkt hier, wie praktisch Ich bin grad etwas in der Glemmel Mama, ich hab Angst Wo sind die, da unten oder was? Ja Oh, shit Why so serious? Oh, 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 oh Jetzt wird's eng Jetzt wird's eng Weg, 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 weg Ein Kopf noch Ein Kopf noch Oh, ist der Kopf Gib mir Kopf Jetzt ist er tot Und ich hab keine Muni mehr Herzlichen Glückwunsch Los, 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 los Spreng, 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 spreng Spreng Geschoss, geschoss, geschoss Und ab Oh, 19 gleich Ich bin wieder voll Und hier ist wohl Sperrzone Da geht's nicht weiter Da geht's nicht weiter Ach komm, Frex Heli Jetzt macht doch nicht immer so Müll Lass dich doch erschießen Wie jeder andere Heli auch Genau Hauptsache sanfte Landung Würde ich sagen Jetzt werde ich das mal von hier So ein bisschen mit der MG bearbeiten Mit dem MG Entschuldigung Na Das tut man aber nicht Um ein bisschen Munition zu sparen Ich stell grad fest, dass die Idee total dumm ist Dauert viel zu lange Schon ein Unterschied, ob man Einmal draufholzt oder zehn Minuten draufballert Zwei Oh, die Zeit tut ja knapp Ein Glück habe ich das im Glück So jetzt Hey, hey, hey Signalstation Und ein Heli Ja, Heli erwischt Station haben wir auf So, meine Freunde Ein bisschen noch Durchhalten irgendwie, ja Oh, oh, oh Ich glaube ich Spring da rein, wo ganz viele sind Ne Ich komm wohl grad noch weg So, jetzt kletter ich nämlich hier ums Eck Und dann die Wand hoch Wir müssen nämlich da rüber irgendwo Keine Ahnung Ist auch leicht falsch, die Richtung Aber gut Hauptsache erstmal oben Ich fang Ich krieg hier gleich noch einen Kotzkrampf Oder so Gut, dass das Ziel Das Spiel eine zeitliche Begrenzung hat Sonst müsste ich wahrscheinlich irgendwann echt kotzen So Da ist wieder ein Heli Oder war einer Nein, nein, nein Ach, scheiße Ja, das ist richtig geil Das macht auf jeden Fall mehr Spaß Als dieses dämliche Alone Einfach mal wieder ein bisschen Action So, Erfolg Ja, wunderbar Und jetzt Ich glaube, es kommt schon Ziel 13, oder? Wie sieht's aus, Freunde? Schalten Sie den Panzerwagen aus Ja, machen wir das doch Und zwar Genau Jetzt Hoffe ich Ne Ach, verdammt Und ich habe keine Energie mehr Ja, scheiße Ich muss hier weg Ich muss erstmal hier weg Ganz wichtig 30 Kops Ach, du Kacke Okay, dann Ist da Heli Nummer 1 Ja, nach 10 Anläufen wieder So, jetzt brauchen wir ein Polizeiauto Weil die haben Munition gebunkert Die bringen jetzt nicht so viel Die bringen überhaupt nichts Weil das waren gar keine Cops Oh, Mann Oh, Munition Versteht ihr das nicht? Sollte mal außer Da ist ein Auto Bitte, bitte Munition Nein Keine Munition Oh, Mann Ich habe erst 10 Und Es wird immer brenzliger hier Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon Jawohl Da ist ein Auto hinter mir Jetzt habe ich mal elegant übersprungen Und werde es jetzt zertrümmern Ja Raketen So, jetzt muss ich diese natürlich auch einsetzen Rückzug, Rückzug Scheiße Ich habe ja noch eine Minute So, nachladen kurz Vielleicht erwischt ich das Polizeiauto Ja So, mehr Cops für mich Wo seid ihr, hä? Der sieht aus wie einer Noch 5 Noch 5 Und ich habe noch ein bisschen Zeit Okay, wir holen uns erstmal den Heli, glaube ich Und zwar genau Jetzt Okay, komm Wir machen es fertig Holen die Munition Und dann gleich wieder aufs Dach Quickie, genau Oh was, 5 Signalstationen, seid ihr verrückt? Warte mal, die kriege ich von hier So Und die hier ist auch nicht so weit weg Oh, das ist das letzte Ziel Ich schaffe das doch am Ende noch, oder wie? Und das ohne alle Upgrades zu haben wollten So geil Aber noch kann ich mich nicht freuen Noch ist es nicht vorbei Am Ende verkacke ich kurz vor Schluss Und dann Bin ich nicht mehr so geil Es geht los Der Heli ist da Wo ist er? Da ist er Da ist er Nein Nein Sagen mal Also ich sag's euch, Freunde Das macht so viel Laune Godzilla ist ein Scheiß dagegen Wer ist Godzilla? Ich bin die ultimative fiese Killerspinne Der Spinnerich So Verdächtiger in Sicht Ja, okay Aber ich bin auch schon wieder weg Halt Okay, die gehen wohl nicht so weit Dann mit dem MG Bisschen höher halten Oh, ich glaube Das ist der Geruch des Sieges, Freunde Bin kurz davor Das zu schaffen Wahnsinn, hätte ich nicht gedacht Dass es im zweiten Anlauf schon So gut läuft Aber Komm Eine Ehrenrunde Geben wir uns noch Der Heli Ach, weißt du was Drecks Heli Kannst du nicht mal Stillhalten Wenn du so wackelst, dann trifft dein Schützer doch nicht Ach, weißt du was Leck mich am Arsch So Der Heli Der Heli hat sich verloren Wuuu Sie Spider-Tank Weiter Boah, ist das geil So Fähigkeitenbaum 7 Ungenutzt durch Skillpunkte Das ist praktisch schon Wahrscheinlich kann ich schon fast alles benutzen Jetzt So, was haben wir hier? Eigenschaften Hydraulische Klaue Spinnenquetscher Landen sie auf Personen? Oh, den hätte ich gerne benutzt Ne, ich habe noch nicht alles Aber ich habe 15 Ziele geschafft Und Ja Wir gehen erstmal raus Das soll es dann auch gewesen sein Für diese Folge Ich hoffe ihr hattet so viel Spaß wie ich Das ist ja mega geil gewesen Wenn es euch gefallen hat Dann lasst mir doch ein Abo da Wenn ihr noch kein Abonnent seid Gebt mir einen Daumen hoch Kommentiert das Video Und was man sonst noch so macht Wenn man ein Video geil findet Und ja Schaut euch mein Best of an Das wollte ich noch sagen Genau Und ja Dann bis zum nächsten Mal Tschau Leute